einen wunderschönen guten hallo und willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Project R.E.T.V. 2 Ne glaube ich nicht herzlich willkommen bei Vanilla so ja ich hab's mal wieder geschafft und hab den R.E.T. Server zum Crash gebracht nicht wirklich aber boah jetzt hab ich mir gedacht okay ich muss was aufnehmen und will auch was aufnehmen und dachte mir ja gut warum nimmst du da nicht Vanilla auf und ich will auch gleich noch was ändern und zwar das alles hier so abreißen Neubau und nee Quatsch nein Gottes Willen ja das Willen hier wo ist aus im Park äh hier das da das kommt raus und dann warum hab ich eigentlich so warum hab ich eigentlich so viel BDCraft Sound Partner da drin keine Ahnung und und ooooh ooooh schaut euch das an sieht das nicht geil aus sieht das nicht geil aus also Andi hat mir das geraten beziehungsweise ans Herz gelegt ooooh hier macht nochmal ein neues Ressourcenpack und ja hiermit ist es getan okay die Erde sieht ein bisschen ja weiß ich nicht da könnten wir vielleicht noch was machen an den Texturen aber die Gläser sehen geil aus hier der Fußboden sieht richtig cool aus dann äh die Öfen also hier auch die Gui und sowas Hammer echter Hammer oh Karotten Glasflasche oh die Glasflasche sieht cool aus nicht schlecht ja dann schauen wir doch mal was es noch so sonst so alles gibt wie sieht denn eigentlich die Stallung da hinten aus ah komm mal hier Weizen und Karotten ja schön 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 ja das hat auch was ach guck mal hier sogar zwei Holzarten hab ich hier genommen Wahnsinn ja die Lampen ja okay gut bei den Lampen weiß ich noch nicht so genau Dachfenster mhm wie sieht das da unten aus äh gut äh das mit Redstone sieht auch komisch aus aber hier das ist ja noch die wup hier die 14W21 bäh ne äh morgen soll es ein neues Schnapshot geben aber ja erst morgen ich wollte eigentlich auch erst morgen aufnehmen aber ich hätte das wahrscheinlich sowieso nicht mitgekriegt das äh Schnapshot Schnapshot mal gucken ob ich jetzt hier rauskomme ohne Probleme äh nee warum ich halt warum komm ich denn hier nicht raus na mhm ich komm hier nicht raus ist ja nicht normal oder na da muss ich mir irgendwas einfallen lassen ja aber der rote Kreis der muss weg der muss weg da muss irgendwas anderes hin da werde ich mir vielleicht noch was einfallen lassen so gehen wir mal runter zu den Mönstern zu den Mönstern das fängt schon wieder an wie beim Dialekt ne das ist dann halt normal Alter hier der Cobblestone das sieht richtig cool aus der gefällt mir richtig gut so das sind die Fackeln äh die tue ich mal da hin jetzt habe ich ihn hier noch eiserschutzhacke okay oben ja sieht alles noch soweit ganz cool aus aha aha und die Uhr da haben sie auch noch nix okay aber hier das mit dem Cleanstone sieht auch nicht schlecht aus warte mal ich geh gerade mal da hinten rein okay also die Redstone-Gedönse das haben sie noch nicht so drauf achso ja hier wollte ich auch noch was ändern gerade wenn wir hier sind öh ja toll na lass mich doch so das müsste eigentlich schon gewesen sein glaube ich ja so du da hin ja das lasse ich jetzt mal so offen äh ich habe mal so nebenbei mal getestet wie das da am besten ist wenn ich äh oh sag ich sogar noch zwei übrig ja auch nicht schlecht ähm ja wie das da hinten sich mit den zwei Piste nee das sind Werfer nee Dropper warte mal was bist denn du du bist ein ein Dropper ein Spender genau da hinten das ist ein Spender der Werfer ne glaubst du es weiß es nicht mal ey ist egal ich habe auf jeden Fall da hinten mit den Aufzügen da äh ein bisschen rum getestet und ja wenn du einfach in der Mitte dann die Dinger weg machst dann passt das so da kommt schon mal oh guck mal hier richtig schick ich muss mal interessieren wie das dann aussieht wenn die Rüstung anhaben was hat denn das eigentlich Schwerfer Rückschuss Haltbarkeit ja okay mhm so ah die haben alle noch keine Rüstung an so wie es aussieht vielleicht kriegen sie sowas auch gar nicht mehr oh jetzt möchte ich gerade mal gucken ob der Bogen da auch noch reingeht oh was ist denn das für eine Halbarkeit Halbarkeit ja okay geht der Bogen rein oder nicht müsste sollte ah das dauert wieder na wie wenn man ne komm geh doch mal rein geh doch mal rein hm geh doch mal rein gut dann nisch achso das ist auch ja warte ja das ist bin ich so blöd das ist natürlich auch eine Redstone Kiste die dann den äh hey was liegt denn da ein Knochen rum die dann den Hopper da hinten dran oder den Werfer oder je nachdem was es gerade ist ich hab's nicht mehr im Kopf dann einfach stoppt so noch ein paar XP sammeln genau so haben wir was haben wir dann eingesammelt äh Pfeil und Knochen achso ach ich hab gerade was ist denn das für ein komischer Rubin aber ne Rubine haben wir ja da nicht so ja das läuft aber jetzt wunderbar und es gibt keine Staus mehr gut äh das war's jetzt hier erstmal oh 25 Level schon wieder hm cool wenn wir dann wieder 30 haben dann werde ich noch was verzaubern ah ich muss mal gucken ob die Diamanten noch da sind weißt du ja das ist immer so ein Ding wenn du vom Server irgendwie dann auf äh normales normales Singleplayer Minecraft auf dem Dings wieder drauf gehst auf dem ähm Rechner dann oh da hab ich wohl was vergessen was bist denn du ja genau die AG-Fenstern sind jetzt natürlich alle resettet weil das mehr oder weniger eine neue Welt ist mhm super super naja macht nix das werden wir grad noch so überleben hoffe ich so guck ich doch mal ob die Diamanten noch da sind wollen wir so hoffen so da sind die Spitzhacken und und ne ha da sind sie toll ist alles das Richtige ähm Moment da ne da ja da kommt jetzt erstmal das Redstone rein was hab ich denn hier noch Eichenholz oh je wie sieht denn jetzt eigentlich das ganze Holz aus äh Schwarzeiche Fichtenholz Akazienholz okay und Birkenholz mhm warte mal ähm eins von jedem so und das stelle ich mir jetzt kommen wir da auf das will ich mir jetzt mal genauer angucken so das ist äh ja genau äh ohne Axt geht es natürlich nicht was warst denn du jetzt okay du bist Schwarzeiche okay du bist Fichte boah ist ein bisschen nagell so Birke okay scheiße wie immer ähm dann Akazienholz okay das ist nicht mehr ganz so braun rötlich mehr bräunlich Entschuldigung so rum ja aber ein Eichenholz okay gut äh dann schauen wir doch mal oh okay Schwarzeichen nee was ist das Schwarzeichenholzbretter Fichtenholzbretter okay Birke alter okay dann hier Ficht Akazier und Eichen okay Schwarzeichenholz und Fichte mhm mhm okay boah ja okay boah das kann man so lassen kann man so lassen das kann man so lassen äh hab ich schon gesagt dass man das so lassen kann ja ne ich glaub schon so als rein mit euch oh äh du umst da hin und du da hin so so obwohl von denen werde ich wahrscheinlich nie so viel Holz haben so Bruchsteine die haben wir hier und hä hä wie voll okay ähm wir sind ja jetzt hier Steinziegel ne nämlich ein Stack 1 2 3 4 machen wir dann gleich noch welche wir sind ja jetzt hier in der Snapshot und da gibt's ja auch neue Rezepte so was haben wir denn hier Eisenbarren danke nein warum geht das nicht man ich hab extra nachgeguckt ich hab extra nachgeguckt warum geht das nicht geht das schon wieder nicht mehr haben die das rausgenommen oder wat man kann sich doch so ähm äh warte ich muss schmuss ähm LAN öffnen hier jetzt erlauben danke game mode 1 danke so und zwar kann man sich doch hier wo ist er denn das ist der Bermose Bruchstein ja ähm ich ja egal ne will ich nicht hier da riesige Steinziegel und sowas kann man sich doch craften Mensch ich hab extra geguckt die Steinziegel musste man einfach nur in den Ofen reinwerfen und dann äh wäre das gegangen hm doof geht anscheinend ah warte mal ne das geht nicht das geht nicht warum geht das nicht ja da unten kriegst du rein oder wat ist ja geil richtig auch hä ok das ist ja seltsam ah ja ok äh haben wir da wow Alter was ist denn hier alles durchgebraten worden ne schade hm auch nicht gut äh kommt hier rein 1 2 3 ne alter alter schabete ich lasse noch einer gut äh ja dann eben nicht äh ich müsste mich mal auf die Suche nach einem ja später äh wie heißt das äh sumpf sumpf machen ja ich hab mir da auch mal was aufgeschrieben wo eins sein könnte muss bloß mal gucken ne so sag mal äh 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 ja Schwierigkeit nochmal ok hm hm ok gut dann eben nicht so schauen wir mal ich hab hier was äh das ist ne das ist nicht das ist auch nicht da geht's lang und oje ähm ne ne glaub nicht äh das nix mal dann obwohl halt quatsch wir haben doch hier halt 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 wir haben doch ein Pferd und ich hab immer noch die Steine na egal na lauf danke wir haben doch ein Pferd dann können wir doch schnell hinreiten ne würde ich sagen die Musik geht mir grad ein bisschen auf den Zeiger alter wie schön wie schön grünes Gras ist so juhu so laufen wir überhaupt in die richtige Richtung äh da lang geht's okay komm 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 verdammt und ich hab keine Leine dabei ne könnte ich doch wetten ja super verdammt komm her hallo Gaul komm her wir müssen in den Sumpf ach Scheibenkleister ach man ey die spawnt das jetzt nicht gleich ich muss doch die Leine holen Mensch alter äh wo ach so da hinten mein Güte total orientierungslos so doing und dann noch die ah ja genau wenn wir dann in dem Biom sind was dann auch neu ist können wir auch mal nach neuen Steinen gucken äh was ist denn da passiert calling hier Scharf Breakdance hallo Breakdance Scharf so Leine danke so Pferdchen Pferdchen ah da hinten ist es noch ich hab's gesehen ah fast fast wäre ich drauf gesprungen ähm so äh warte das kommt jetzt erstmal da rein und das da und dann wird noch ein bisschen happy happy gemacht ja Mahlzeit Mahlzeit großer Junge kann sogar schon brechen